Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video habe ich wieder für euch eine extrem detaillierte Anleitung vorbereitet, mit der ihr euer eigenes Dropshipping-Unternehmen aufbauen könnt. Hier in diesem Video soll es vor allen Dingen rund ums Thema POD, also Print-on-Demand, gehen. Das heißt zuallererst mal, wie genau funktioniert eigentlich Print-on-Demand-Dropshipping bzw. Merch-Dropshipping. Anschließend dann, wie kann man einen Shopify-Store aufbauen, wie kann man vor allen Dingen mit einer Online-Druckerei zusammenarbeiten, wie schafft man es automatisiert, Aufträge auszuliefern und dass ihr euch wirklich darum kümmern müsst. Und natürlich wollen wir uns auch mit dem Thema Gewerbeform beschäftigen und ich möchte euch ein paar Empfehlungen geben, welche Gewerbeformen sich tatsächlich für diese Art des Online-Vertriebs eignen. Hier in diesem Video möchte ich euch also wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie ihr so ein Dropshipping-Business aufbauen könnt und das praktisch mit einem Startkapital von unter 100 Euro. Ich möchte euch vor allen Dingen aber auch zeigen in diesem Video, wie einfach es sein kann, Geld im Inter zu verdienen. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann gebt doch gerne in diesem Video hier einen Daumen nach oben und ich habe übrigens, und ihr kennt mich, ohne Werbung geht es nie, einen riesigen Kurs zu diesem Thema, über sieben Stunden lang, wie man ein Print-on-Demand-Dropshipping-Business aufbaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin und auch wieder, wie immer für euch, ein 50%-Discount. Das heißt, ich kriege den Kurs gerade mal zum halben Preis, aber dieser Sale ist limitiert. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Tutorial. Wie genau funktioniert eigentlich Merch-Dropshipping? Über dieses Thema würde ich gerne mit euch hier in diesem Video sprechen. Ich habe mal eine kleine Übersicht erstellt und ich denke, die sollte es relativ gut erklären. Deswegen fangen wir einfach mal hier auf der linken Seite an. Was genau können wir da sehen? Hier haben wir erstmal unseren Kunden. Der browse beispielsweise im Internet rum und schaut auf ein paar Plattformen und möchte gerne ein T-Shirt im Internet kaufen, findet bloß kein Gutes und kommt dann auf einmal auf unseren Store drauf und sagt sich, ja, genau dieses T-Shirt würde ich sehr, sehr gerne kaufen. Unseren Store haben wir aufgebaut mit einer Software namens Shopify und der Kunde macht nun folgendes, der gibt seine erste Bestellung bei uns auf. Da ist dann beispielsweise auf der Verkaufsseite von unserem Produkt so ein kleiner Kaufen-Button. Da klickt die Person drauf, bezahlt uns wie einem Zahlungsanbieter, sei es PayPal oder welcher Zahlungsanbieter auch immer und die Bestellung ist dann praktisch in unserem Shopify-Store drin. Wir freuen uns, wir haben das erste Geld verdient plus, was genau passiert dann? Diese Bestellung wird, sobald sie reinkommt, automatisiert an eine Firma weitergeleitet namens Printify. Printify kümmert sich darum, dass das Produkt tatsächlich zum Kunden kommt beziehungsweise, dass es halt gedruckt wird. Das Ganze funktioniert wie folgt. Sobald diese Bestellung weitergeht an Printify, wird Printify diese Bestellung weiterleiten an eine Druckerei, die wir über Printify ausgewählt haben. Da gibt es dann beispielsweise Druckereien in Deutschland oder zum Beispiel in Amerika, also in Vereinigten Staaten praktisch oder zum Beispiel halt in China oder vielen, vielen anderen Ländern. Und diese Druckerei bedruckt dann tatsächlich die Rohlinge, verschifft die Rohlinge und schickt dann praktisch das fertig bedruckte T-Shirt beziehungsweise das fertig bedruckte Merch-Produkt an den Kunden. Das heißt, der Kunde erhält dann wirklich das fertige Produkt, auf dem das Design drauf ist und ist hoffentlich happy. Und wir natürlich haben folgenden Vorteil, nämlich wir müssen kein Lagerhaus haben, wir müssen keine Rohlinge bedrucken, wir müssen keine Pressen kaufen und so weiter und so fort. Aber wie funktioniert das eigentlich nun, was die Verbindung angeht zwischen Shopify und Printify? Das heißt, wie genau leite ich denn eigentlich einen Auftrag weiter von Shopify an Printify? Eigentlich ist es da auch wieder recht simpel. Nämlich Shopify würde ich einfach mal so als Grundlage bezeichnen. Das ist die grundlegende Software, die wir verwenden. Und Printify ist dann einfach nur eine App, eine Application, die wir in diese grundlegende Software integrieren. Das heißt, wir haben Shopify, wir installieren eine App namens Printify und dann sind diese beiden Apps miteinander verbunden. Das heißt, Printify weiß, wenn über Shopify eine Bestellung reingeht. Das heißt, wir müssen keine weiteren Informationen mehr an Printify weiterschicken, weil das Ganze automatisiert läuft, weil sie praktisch miteinander verbunden sind. Und das ist halt jeder riesige Vorteil. Das heißt, wenn wir einmal die App installiert haben und unsere Designs in Printify hochladen und anschließend dann in unseren Shopify-Store reindrücken, ich weiß, das hört sich noch ein bisschen kryptisch an, wird später alles sehr viel Sinn ergeben, dann natürlich kann, sobald eine Person bei uns dieses Produkt kauft, diese Order, diese Bestellung an Printify weitergeleitet werden und dann übernimmt halt Printify den Rest. Das heißt, die schicken dann die Order, in diesem Falle die Bestellung weiter an die Druckerei. Die kümmern sich dann um den Druck und verschickt das Produkt an den Kunden. Das heißt, wir haben nie das Shirt tatsächlich in der Hand. Und das Schöne ist bei Printify, dass du halt nicht nur T-Shirts bedrucken lassen kannst, sondern zum Beispiel auch kannst du Hoodies bedrucken lassen, du kannst Schuhe bedrucken lassen, du kannst sogar High Heels bedrucken lassen, du kannst, sag ich jetzt mal, so eine Art Leinwände, sag ich jetzt mal, bedrucken lassen, du kannst Tassen bedrucken lassen und so weiter und so fort und hast da unglaublich viele Produkte, die du auswählen kannst. Man lädt praktisch ein Design in Printify hoch, Printify wird verbunden mit Shopify und dann, wie gesagt, kommt ein Order rein und der Rest ist dann komplett automatisiert. Welche Vorteile hat es denn nun eigentlich, Merch-Dropshipping als ein Business-Modell für sich selbst zu wählen? Also zum einen natürlich, das habe ich schon gesagt, kein Lagerhaus. Du brauchst wirklich absolut gar kein Lagerhaus. Du musst dich nicht um den Druck von den T-Shirts oder den anderen Merch-Produkten kümmern. Das machen alles die Druckereien. Dann natürlich die Ortsunabhängigkeit. Du kannst dieses Business von überall aus aus der Welt aufbauen und auch managen. Das heißt, es ist nicht so, dass du es nur vielleicht ortsunabhängig aufbauen kannst. Nein, auch der Prozess später, der lässt sich vollkommen ortsunabhängig managen. Dann dritter Punkt ist natürlich, keine Rohlinge, keine Pressen. T-Shirt-Pressen oder Merch-Pressen oder grundsätzlich Pressen sind einfach unglaublich teuer und die müsst ihr euch nicht anschaffen. Das heißt, ihr spart hier ganz, ganz, ganz viel Geld. Und natürlich auch, was die Rechnung angeht, da kann man einiges automatisieren. Und dann der letzte Punkt ist kein Versand. Also ihr müsst auch wirklich kein Versand durchführen. Das heißt, der Versand wird dann auch gemanagt von der jeweiligen Druckerei. Das heißt, die kümmern sich um den Rest. Gut, das war es nun erstmal hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. In diesem Video würde ich gerne mit dir über deine Dropshipping-Nische sprechen. Wir werden ja gemeinsam einen Online-Shop mit Shopify aufbauen und werden dann Shopify mit einem Tool namens Printify verbinden. Und wenn ihr auf die Webseite von Printify geht, dann könnt ihr hier oben auf Katalog draufklicken und könnt euch dann hier mal anschauen, welche unterschiedlichen Produkte es eigentlich gibt. Das heißt, man kann sich beispielsweise hier anschauen, welche T-Shirts es gibt. Man kann also ein bisschen mal durchscrollen. Man kann zum Beispiel gucken, welche Mode gibt es denn eigentlich für Männer. Zum Beispiel hier haben wir solche Hoodies oder zum Beispiel Champion-Sweat-Shirts und so weiter und so fort. Wir können aber auch in ganz viele andere Nischen reingehen und können zum Beispiel auch in die Nische, sagen wir mal, Kids-Clothing reingehen. Wir können zum Beispiel auch in die Nische Accessories reingehen. Wir können zum Beispiel auch in die Nische Holiday-Picks und so weiter und so fort reingehen. Das heißt, wir haben dann immer unterschiedliche Nischen hier, in die wir reingehen können und die vor allen Dingen halt unterschiedliche Merch-Produkte beinhalten. Zum Beispiel könnten wir einen Store aufbauen, in dem wirklich nur Schuhe verkauft werden oder wir könnten einen Store aufbauen, in dem nur Long-Sleeves verkauft werden. Wir könnten aber auch unser eigenes Fashion-Label starten und unterschiedlichste Produkte anbieten. Das, was ich dir vorschlagen würde, wäre zuallererst mal folgendes. Ich würde mir überlegen, was genau habe ich denn eigentlich mit diesem Shopify-Store vor? Möchte ich auf diesem Shopify-Store praktisch alle möglichen Produkte anbieten oder möchte ich lieber nur ein einzelnes Produkt anbieten, beziehungsweise eine Art von Produkten? Und viele von euch werden sicherlich sagen, aber Leon, das ist doch eine Sache, die du uns beibringen solltest und da habt ihr auch sicherlich bis zu einem gewissen Grad recht. Und hier ist meine Meinung zu der ganzen Sache. Also an sich ist es natürlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sich auf ein einziges Produkt fokussiert oder beziehungsweise eine Art von Produkten, dass man zum Beispiel nur T-Shirts anbietet oder zum Beispiel nur Hoodies anbietet oder nur Klamotten für Männer oder was auch immer. Wenn man zum Beispiel zu viele Nischen tatsächlich nimmt, dann muss man sich halt auch überlegen, okay, was verkaufe ich da eigentlich? Verkaufe ich eine Brand oder geht es mir darum, eher ein tolles Produkt zu erstellen und dieses dann zu verkaufen? Und mein persönlicher Tipp wäre der folgende. Wenn ihr euch mit dem Thema Werbeanzeigen auskennt, wenn ihr euch mit dem Thema Werbung auskennt, ganz generell, dann macht es auf jeden Fall Sinn, daraus tatsächlich ein ordentliches Label zu machen, zum Beispiel auch eine Marke einzutragen und zu sagen, okay, ich verkaufe unterschiedliche Produkte unter meinem Markennamen. Dann hat man zum Beispiel einen Markennamen, sagen wir mal Marke XYZ und dann wissen Leute, aha, das ist diese Marke, diese Produkte kann ich über den Store einkaufen. Bloß, wenn ihr zum Beispiel noch komplett am Anfang steht, dann würde ich euch eher folgendes empfehlen, packt lieber relativ wenige Produkte in euren Store rein, vielleicht sogar nur ein Produkt in einigen Fällen und versucht dann wirklich eure Ads zu optimieren, euer Marketing zu optimieren, sodass ihr wirklich für dieses eine Produkt erstmal Kunden findet. Und wenn ihr merkt, okay, ihr könnt ein Produkt richtig gut promoten, dann könnt ihr weitere Produkte in den Store aufnehmen und könnt dann einen immer größeren Store bauen mit immer mehr Produkten und dementsprechend könnt ihr auch dann eine immer größere Brand aufbauen und dann, wenn ihr eine große Brand habt, könnt ihr auch sicherlich daraus wirklich eine Marke machen, sodass Leute auch, sage ich jetzt mal, bei euch kaufen, weil ihr eine Marke seid. Aber das, denke ich mal, ist bis zu einem gewissen Grad noch Zukunftsmusik. Wie genau findet man denn aber nun auch thematisch eine Nische? Und darüber würde ich gerne mit euch auch nochmal kurz sprechen. Nämlich das A und O ist erstmal, dass ihr ein bisschen Brainstorming macht. Das heißt, überlegt euch, okay, welche Produkte möchte ich denn eigentlich anbieten, möchte ich mit einem Produkt starten, möchte ich gleich mit ein paar mehr starten? Wie ist mir das Ganze lieb? Und sobald ihr das getan habt, würde ich auch mal aufschreiben, was genau das für Designs seid. Was es für Designs sind. Zum Beispiel, möglicherweise habt ihr schon ein T-Shirt-Business und habt schon alle möglichen Designs auf anderen Plattformen publiziert. Vielleicht steht ihr aber noch komplett am Anfang und ihr habt noch nicht ein einzelnes Design erstellt. Und um überhaupt erst ein Thema finden zu können, könnt ihr zum einen natürlich erstmal brainstormen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel einen Store aufbauen, wo ich nur Hunde-T-Shirts verkaufe oder wo ich zum Beispiel irgendwelche Birthday-Geburtstags-T-Shirts und Hoodies verkaufe oder ihr lasst euch vollkommen, sag ich jetzt mal, diesbezüglich Freiheiten offen und sagt, okay, ich schaue einfach mal online, welche unterschiedlichen Nischen es geben könnte. Und da gibt es zwei Tools, die ich euch sehr empfehlen kann. Nämlich einmal den sogenannten Google Keyword Planner. Damit können wir uns anschauen, wie viele Suchanfragen es denn eigentlich für welchen Begriff auf Google gibt. Das heißt, auf der, sag ich jetzt mal, größten Suchmaschine der Welt. Und da gibt es noch ein weiteres Tool, das ich euch sehr empfehlen kann. Und dieses Tool nennt sich Google Trends. Und mit diesem Tool kann man dann noch besser, meines Erachtens, vergleichen, wie sich unterschiedliche Trends entwickelt haben. Und ob ihr zum Beispiel eher, sag ich jetzt mal, an einem Punkt seid, wo dieser Trend langsam aufhört. Oder vielleicht seid ihr an einem Punkt, wo der Trend wirklich stark am Steigen ist. Oder möglicherweise ist es auch ein Trend, der einfach nur seitwärts geht. Und wofür sich immer schon Leute interessiert haben oder vielleicht nie wirklich interessiert haben. Also, machen wir es mal ganz praktisch. In eurem Falle, ihr müsstet euch halt einen Google Account erstmal erstellen und müsstet dann praktisch auch einen Google Ads Account euch erstellen. Das ist wichtig. Und dann könnt ihr hier diesen Keyword Planner verwenden. Ihr könnt hier einfach mal praktisch auf Google gehen, gebt da einfach einen Keyword Planner oder Google Keyword Planner und dann werdet ihr sicherlich diese Webseite hier finden. Ihr könnt euch dann hier jederzeit anmelden und könnt praktisch dann diesen Keyword Planner nutzen. Das Ganze sieht dann von innen so aus. Wir können hier auf Discover New Keywords klicken und da können wir jetzt alle möglichen Begriffe eingeben, die uns so in den Kopf kommen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier eingeben, sagen wir mal, den Begriff Dackel. Vielleicht möchte ich ja ein Store aufbauen rund ums Thema Dackel. Dann klicke ich hier auf Get Results und anschließend dann kann ich mir ganz genau anschauen, ob dieses Keyword denn hier nun interessant ist oder nicht. Das könnte jetzt hier ein paar Sekunden dauern und dann sehen wir zum Beispiel, aha, dieser Begriff wird anscheinend 10.000 bis 100.000 Mal im Monat nachgefragt. Ist ganz in Ordnung. Schauen wir mal, was es noch für weitere Begriffe gibt. Zum Beispiel Dackel, Welpen, Zwergdackel und so weiter und so fort. Wir können es natürlich dann ein bisschen genereller gestalten, dass wir sagen, okay, wir gucken uns nicht nur den Begriff Dackel an, sondern vielleicht einen von diesen anderen, sowas wie zum Beispiel Hunderassen oder zum Beispiel Tierrasten, Hundezucht und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnt ihr mit einfach erstmal Begriffe, sag ich jetzt mal, analysieren und wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, diese Suchanfrage war sinnvoll und ich habe hier einen Begriff gefunden, der zum Beispiel mehrere hunderttausend Mal im Monat nachgeschaut wird, dann wisst ihr zumindest schon mal, okay, es gibt anscheinend hier ein bisschen Interesse für. Wir können hier mal ein paar andere Hunderassen eingeben, einfach nur als Beispiel würde ich jetzt hier wieder auf Get Results klicken und da sehen wir zum Beispiel hier, da gibt es anscheinend Mobs, wird 100.000 bis 1.000.000 mal nachgeschaut, das heißt, das ist eher ein bisschen populäres Thema anscheinend und wir können dann hier unten die Keyword Ideas nochmal ein bisschen genauer nachschauen, zum Beispiel sowas wie Retro-Mobs, Mobs kaufen, Mobs Hund und so weiter und so fort. Also könnt ihr einfach uns ein bisschen nochmal informieren und vielleicht nochmal ein paar andere Ideen sammeln. Und ihr seht auch immer hier, wie hoch die Competition ist, das heißt, wie hoch ist jetzt mal die Konkurrenz in diesem Bereich, wie viele Mitbewerber gibt es, wie schwer ist es noch, in diese Nische vorzudringen und das könnte euch auch bis zu einem gewissen Grad zumindest als Anhaltspunkt, könnte für euch ein Anhaltspunkt sein, aber ich würde mich jetzt nicht zu sehr darauf fokussieren und sagen, oh, die Competition ist jetzt hier high, da kann ich keinesfalls mehr reingehen, weil nochmal, ihr promotet ja vor allen Dingen euren Store zum Beispiel über Facebook-Werbeanzeigen möglicherweise eines Tages, über ein E-Mail-Newsletter und so weiter und so fort und ihr seid nicht unbedingt zwingend, sag ich jetzt mal, auf die Reichweite angewiesen, die Google euch bringt. Deswegen, ich möchte einfach nur, dass ihr dieses Tool hier verwendet, um mal so ein bisschen zu schauen, welche Keywords gibt es denn eigentlich, welche weiteren Ideen könnten mir hier einfallen, nach welchen Begriffen suchen denn eigentlich Leute und könnte ich nicht möglicherweise mit diesen Begriffen hier tatsächlich einen Store, sag ich jetzt mal, erstellen. Das heißt, man lernt, finde ich, hier noch total hinzu, man bekommt andere Begriffe vorgeschlagen, die vielleicht interessant sein könnten und kann basierend auf diesen Begriffen da natürlich auch eigene Nischen finden und auch ein generelles Konzept für den Store entwickeln. Ich würde dann folgendes tun, ich würde die unterschiedlichen Begriffe nehmen, würde die mir erstmal in der Liste zusammenschreiben und würde dann zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne einen Hunde-Store aufbauen, wo ich halt unterschiedliche Hunde-Designs auf den T-Shirts drauf habe und ich gucke mal nach den Begriffen, die besonders oft nachgeschaut werden, weil da könnte ich auch ein bisschen Reichweite noch über Google drüber bekommen. Das sind Themen, für die sich Leute generell interessieren, weil wenn Leute viel auf Google nachschauen, können wir auch davon ausgehen, dass anderswo Leute sich dafür viel interessieren werden und dann mache ich, wie gesagt, diese Liste und schaue mal, dass ich diese unterschiedlichen Designs auch auf die T-Shirts draufbringe. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte da nicht so ein breites Thema abdecken, ich möchte jetzt nicht einen Store erstellen, wo ich alle möglichen Hunderassen auf T-Shirts drauf habe, sondern ich möchte mich auf eine einzige Nische fokussieren, also zum Beispiel nur auf Dattel oder nur auf Mobs oder nur auf Yorkshire oder was auch immer, dann könnt ihr Folgendes machen, nämlich dann könnt ihr natürlich hier immer diesen Begriff eingeben und könnt schauen, okay, wie viel Nachfrage gibt es denn eigentlich? Ihr könnt aber auch dieses Tool hier namens Google Trends verwenden und hier können wir zum Beispiel mal einen Begriff eingeben, sagen wir mal den Begriff Dackel und wenn ich jetzt hier praktisch Dackel eingebe, den Suchbegriff, dann sehen wir halt, wie oft das Ganze nachgeschaut wird beziehungsweise wie der Trend ist und da würde ich euch Folgendes empfehlen, nämlich ich würde einfach den Begriff Dackel eingeben, anschließend dann hier draufklicken und runtergehen auf 2004 bis heute, das heißt, wir schauen uns an, wie hat sich das Interesse entwickelt von 2004 bis heute und hier haben wir anscheinend das Interesse für Dackel, bloß hier ist es noch in den Vereinigten Staaten eingetragen, wir wollen natürlich hier, wenn ihr nach Deutschland verkauft, auch Deutschland eingeben, das heißt, das würde ich jetzt hier praktisch integrieren, müssen wir wahrscheinlich auf Englisch eingeben, Germany und dann sehen wir jetzt hier das Interesse und aha, hier haben wir zum Beispiel so einen Trend, der nach oben geht, das heißt, wir wissen, okay, immer mehr Leute interessieren sich für Dackel, das könnte vielleicht eine ganz interessante Nische sein. Jetzt wollen wir aber Folgendes tun, jetzt wollen wir das Ganze verbinden und wollen einfach mal vergleichen, wie interessant denn eigentlich andere Hunderassen in Verbindung oder im Vergleich zu Dackeln sind. Das heißt, ich könnte jetzt hier auf Compare klicken, anschließend dann könnte ich hier einen weiteren Search-Term eingeben, zum Beispiel Mobs und könnt hier schauen, okay, wie genau ist denn das, wie kann man das denn gut hier vergleichen und dann sieht man, aha, hier gerade gibt es anscheinend einen Punkt, wo jetzt Dackel anscheinend populärer ist als Mobs, das Interesse für Mobs ist erst mal stark nach oben gegangen, so bis zum Jahr vielleicht 2010 und dann ging es jetzt doch schon ordentlich nach unten und der Begriff Dackel wurde dann immer populärer und dementsprechend, wie gesagt, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, einen Shop genau in dieser Nische hier zu eröffnen. Wir können noch auf Add Comparison klicken und können weitere Begriffe hier hinzufügen und daraus natürlich dann können wir noch weitere, sag ich jetzt mal, Vergleiche erstellen. Wir können ja hier zum Beispiel mal den Begriff Pudel eingeben und anschließend dann würde ich jetzt hier wieder auf Search-Term klicken und jetzt sehen wir, aha, das Interesse Pudel ist auch ziemlich, ziemlich groß, ist sehr ähnlich zum Dackel, sehr stark gestiegen über die Zeit und da ist es zum Beispiel auch wieder so, dass jetzt anscheinend der Begriff Pudel öfter nachgeschaut wird als der Begriff Mobs. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man eher in diese Nische reingeht und sich nicht unbedingt auf die Mobs-Nische fokussiert. Also solche Dinge könnt ihr hier rausfinden, das heißt, mein Schritt-für-Schritt-Plan wäre jetzt der folgende. Ich würde euch empfehlen, dass ihr erstmal, wie gesagt, ihr erstellt hier diesen Shop in Shopify, dass ihr erstmal auf Printify geht, guckt, welche Arten von Produkten möchte ich anbieten, wie viele möchte ich anbieten. Anschließend dann würde ich einfach mal in den Google Keyword Planner reingehen und würde mir das Ganze ein bisschen genauer anschauen, würde gucken, okay, welche Keywords können denn für mich vielleicht relevant sein und dann würde ich halt diese Keywords nochmal eingeben, würde die miteinander vergleichen und dann halt schauen, wie sind die Trends, gehe ich hier eher mit dem Trend mit oder ist der Trend eher langsam am Aufhören und dann, wenn ihr praktisch einen guten Trend gefunden habt, dann würde ich auch wirklich in dieser Nische ein Store aufbauen. Okay, das war es nun hier für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. In diesem Video würde ich gerne mit euch nochmal über ein paar weitere Gewerbeformen sprechen. Wir haben ja bereits hier in diesem Kurs über das Einzelunternehmen gesprochen und wir haben auch über die Unternehmergesellschaft, also die UG gesprochen. Es gibt natürlich aber noch ein paar weitere Gewerbeformen, die vielleicht für euch ganz interessant sein könnten und diese wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Fangen wir direkt an, nämlich mit der ersten, klar, dem Einzelunternehmen. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde es gerne mal vergleichen, so ein bisschen mit dem eingetragenen Kaufmann. Nämlich bei beiden haben wir eine unbeschränkte Haftung, das heißt, ihr haftet mit dem Privatvermögen, Mindestanlage keine, das heißt, ihr habt praktisch ein Geschäftskonto, aber ihr müsst kein Geld drauf tun. Den Handelsriste-Eintrag liegt im Gegensatz zu einem Einzelunternehmen bei einem eingetragenen Kaufmann immer vor. Dann Gründungsaufwand ist ein bisschen höher, weil ihr halt, wie gesagt, diesen Handelsriste-Eintrag habt und dann die Gründungskosten sind hier dementsprechend auch ein ganz kleines bisschen höher. Die wenigsten Leute entscheiden sich tatsächlich dafür, ein eingetragener Kaufmann zu werden in diesem Bereich, weil es auch eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Ich denke, ein Einzelunternehmen ist für euch eine der besten Optionen. UG sicherlich auch, GmbH sicherlich auch. So oder so eines Tages wechselt ihr ja wahrscheinlich von der UG in die GmbH. Das heißt, das sind so die drei typischen Formen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch, wenn ihr andere, sag ich jetzt mal, Geschäftspartner habt und ihr möchtet keine UG aufmachen, könnt ihr zum Beispiel auch eine GbR aufmachen. Und da ist es so, dass ihr unbeschränkt haftend seid, das heißt, ihr seid privat haftend, wenn ihr diese GbR gründet. Ihr habt aber auch hier wieder keine Mindesteinlage, das heißt, ihr braucht kein Kapital, um diese Gewerbeform eröffnen zu können. Denn Handelsregister-Eintrag liegt auch nicht bei einer GbR vor. Das ist sogar tatsächlich zwingend so. Da gibt es keinen Handelsregister-Eintrag. Der Gründungsaufwand ist sehr, sehr gering und die Gründungskosten sind auch sehr niedrig. Es ist einfach nur ein Zusammenschluss, sag ich jetzt mal, aus zwei Personen. Es ist eine Gewerbeform, wo man sagen kann, dass da kann man auf jeden Fall mit anderen Leuten auch kooperieren. Zum Beispiel bei einem Einzelunternehmen, das könnt ihr wirklich nur einzeln gründen. Ihr könnt also nicht sagen, okay, ich nehme jetzt meinen Freund und wir gründen zusammen ein Einzelunternehmen. Das geht nicht. Ihr könnt wirklich nur, sag ich jetzt mal, das Einzelunternehmen auch alleine als einzelne Personen gründen. Bei einer GbR könnt ihr zum Beispiel mit ein paar weiteren Partnern dann das Unternehmen aufbauen. Dann haben wir hier eine OHG. Bei der OHG ist es so, dass sie auch wieder unbeschränkt haftet. Also auch wieder mit dem Privatvermögen. Mindestanlage ist auch wieder praktisch null. Der Handelsregister-Eintrag liegt hier zwingend vor. Dann die KG. Und hier wird es ein bisschen komplizierter. Nämlich hier haben wir zwei unterschiedliche Gründungsmitglieder. Nämlich einmal halt praktisch ein Komplementär und einmal ein Kommanditist. Der Komplementär haftet unbeschränkt, also auch mit dem Privatvermögen. Und der Kommanditist haftet nur beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. Bei der Mindestanlage ist es auch wieder so, hier braucht ihr keine Mindestanlage, ist praktisch null. Und der Handelsregister-Eintrag, der liegt zwingend vor bei einer AKG. Der Gründungsaufwand ist um einiges höher als beispielsweise bei einer OHG oder auch bei einem Einzelunternehmen. Und die Gründungskosten sind mittel. Hier sprechen wir auch wieder über ein paar hundert, vielleicht tausend, tausend, 1500 Euro oder so für eine AKG. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Vergleich von der GmbH und der UG. Das ist nämlich eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Warum kann ich nicht einfach eine GmbH direkt von Anfang an gründen? Das könnt ihr machen. Wenn ihr wirklich das Geld habt, dann gründet eine GmbH. Wenn ihr aber das Geld, sage ich jetzt mal, nicht habt, dann sicherlich ist die UG in diesem Falle die bessere Option. Bei einer GmbH ist es so, genau wie bei der UG, dass ihr aufs Gesellschaftsvermögen beschränkt haftend seid. Bei der Mindestanlage sind wir aber bei einer GmbH praktisch bei 12.500 Euro zur Gründung. Eigentlich sollten es aber praktisch 25.000 sein. Also beziehungsweise die Haftung ist ja praktisch dann auf 25.000. Der Handelsregister-Eintrag, der liegt zwingend vor bei einer GmbH. Der Gründungsaufwand ist ziemlich hoch. Wir sprechen hier von mehreren Wochen, mehreren Monaten tatsächlich der Gründung und die Gründungskosten, naja gut, die sind auch überschaubar, sagen wir mal. Das heißt, wenn ihr mit einem Tausender rechnet, denke ich mal, ist das recht realistisch. Manchmal ist es weniger, manchmal ist es mehr. Müsst ihr einfach mal schauen. Und dann bei der UG, da haben wir es auch wieder so, aufs Gesellschaftsvermögen beschränkt haften seid ihr hier. Mindestanlage 1 Euro. Handelsregister-Eintrag, ja, liegt vor. Gründungsaufwand ist wieder relativ hoch und die Gründungskosten sind niedrig bis mittel. Ich habe schon UG-Gründung gesehen für ein paar hundert Euro, habe es aber auch schon gesehen für 1.500, 2.000 Euro. Also da gibt es immer sowieso so ein bisschen Spielraum, sage ich jetzt mal, aber die Gründungskosten von der GmbH sind definitiv höher als von der UG. Dann kommen wir zu GmbH und Co. KG. Hier muss ich euch ehrlich zugeben, eine GmbH und Co. KG habe ich bisher noch nicht gegründet. Deswegen das, was ich euch jetzt sage, das ist einfach nur das, was ich gelesen habe, wie es funktioniert. Praktisch bei der GmbH und Co. KG haben wir auch wieder zwei unterschiedliche Teilnehmer, nämlich einmal wieder ein Komplementär. Hier ist es aber ein bisschen anders, nämlich hier haben wir einmal, wie gesagt, den Komplementär, aber der ist halt praktisch oder haftet aufs Gesellschaftsvermögen beschränkt. Und dann haben wir einen Kommunitist, der haftet beschränkt auf die Einlage. Das heißt, das, was er praktisch ins Unternehmen reingebracht hat. Die Mindesteinlage sind 25.000 Euro, auch wenn da bei der GmbH und Co. KG Handelsregister-Eintrag ja liegt vor. Die Gründungsaufwand ist sehr hoch. Hab gehört, dass es mehrere Monate dauert und die Gründungskosten sind auch relativ hoch. Hier sprechen wir von mehreren Tausend Euro. Dann haben wir die LTD. Das ist eigentlich eine Gewerbeform aus dem Vereinigten Königreich. Und hier ist es so, dass wir praktisch, oder vielleicht noch um die Geschichte ein bisschen zu erläutern, früher war es so, dass es halt in Deutschland wie GmbH gab und es gab in praktisch im Vereinigten Königreich gab es die LTD und viele Leute haben dann halt diese LTD gegründet, weil sie nicht die 25.000 beziehungsweise 12.500 zur Gründung der GmbH hatten und sich lieber gesagt haben, gut, dann gründe ich halt so eine LTD, da bin ich auch aufs Gesellschaftsvermögen beschränkt haffend, Mindesteinlage brauche ich keine, Handelsregister-Eintrag ist nicht zwingend, der Gründungsaufwand, naja gut, der ist relativ hoch, wenn man Dokumente übersetzt, aber sonst sind eigentlich die Gründungskosten recht gering. Da mache ich doch lieber das, als so eine große GmbH zu gründen und das haben damals recht viele Leute gemacht und deswegen kam dann auch Deutschland mit dieser Idee um die Ecke, sag ich jetzt mal, so eine Mini-GmbH zu eröffnen, also praktisch die UG als Gewerbeform einzuführen und seitdem entscheiden sich halt sehr, sehr viele Leute für die UG und nicht mehr unbedingt für die LTD, aber LTD ist dennoch halt eine von diesen Optionen, die es noch gibt und dann die letzte Option, hier muss ich ehrlich zugeben, dass ich auch noch keine AG, keine Aktiengesellschaft gegründet habe, aber hier ist es halt so, dass ihr auf das Anteil des Aktionärs beschränkt haften seid und die Mindesteinlage, klar, die liegt bei 50.000 Euro, Handelsgisteeintrag liegt bei einer Aktiengesellschaft zwingend vor und der Gründungsaufwand ist sehr hoch und die Gründungskosten sind auch sehr hoch, wir sprechen hier von vielen, vielen Tausend Euro und vielen Monaten tatsächlich der Arbeit. Das sind so einige weitere Gewerbeformen, die ganz interessant sind, welche eignen sich denn aber nun für tatsächlich so ein T-Shirt-Business? Also grundsätzlich kann man sagen, theoretisch alle, praktisch würde ich euch viele nicht vorschlagen, also zum Beispiel, ich würde euch nicht vorschlagen den eingetragenen Kaufmann, ich würde euch nicht vorschlagen die GmbH und Co. KG und ich würde euch auch nicht die LTD und die AG vorschlagen, das sind so Gewerbeformen, kann man machen, ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen oder an sich ein bisschen unnötig, zum Beispiel die AG ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil es halt einfach so ein Riesenvehikel ist, das braucht man jetzt nicht unbedingt für einen kleinen Online-Store oder sowas, aber wenn ihr zum Beispiel zu einem Einzelunternehmen greift oder zu einer GBR oder einer UG oder einer GmbH, dann denke ich mal, sind das wirklich sinnvolle Entscheidungen. Eine GmbH und Co. KG lässt sich sicherlich auch noch vertreten, aber ist ein bisschen kompliziert, gerade wenn ihr am Anfang so ein Gewerbe aufbauen möchtet, ist das einfach ein bisschen zu viel Verwaltungsaufwand und auch zu hohe Steuerberaterkosten, die da anfallen, meines Erachtens und ich würde jetzt nicht unbedingt eine LTD gründen und auch nicht unbedingt eine AG, also wenn ihr ein Einzelunternehmen gründet oder eine GBR oder zum Beispiel eine GmbH oder eine UG, dann denke ich mal, ist das eine wirklich nachvollziehbare Entscheidung, aber ihr müsst natürlich schlussendlich wissen, was ihr da machen möchtet, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich gerne an oder macht einen Termin mit dem Steuerberater und sprecht nochmal über die jeweiligen Gewerbeformen. Okay, das war es nun hier für dieses Video, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. In diesem Video wollen wir unseren Shopify Store anfangen aufzubauen. Dazu müssen wir zuallererst auf Pricing klicken und anschließend dann auf Start Your Free Trial klicken. Jetzt müssen wir hier zuallererst unsere E-Mail-Adresse angeben, das mache ich jetzt einfach mal und wir müssen auch unser Passwort hier angeben, das ist natürlich ein Passwort, das wir uns jetzt hier ausdenken können und wir müssen auch noch einen Stornamen festlegen. Da könnt ihr praktisch einfach euren Namen nehmen oder zum Beispiel, wenn ihr einen Brandnamen habt, dann wie gesagt, nehmt ihr euren Brandnamen und wenn ihr damit durch seid, klickt ihr einfach nur hier unten auf Create Your Store. Wir wollen also nun folgendes tun, wir wollen unseren Shopify Store mit einer selbst gewählten Domain verbinden. Klicken wir einfach mal kurz hier unten auf Create Your Store und machen wir das, nämlich was wir jetzt praktisch tun müssen und das ist jetzt hier der nächste Schritt, hier steht, erzähle uns etwas über dich. Wir haben jetzt hier oben diese URL, nämlich Beispiel-T-Shirt-Store.myshopify.com Das ist praktisch der Name von unserem Store, nämlich Beispiel-T-Shirt-Store, den habe ich eben gerade benannt. Wir hatten ja dieses Feld, wo wir unseren Shopify Store benennen müssen und das ist jetzt wie gesagt die URL, die uns hier zugeordnet wurde. Und jetzt müssen wir praktisch also hier so ein paar Fragen beantworten. Keine Sorge, wenn ihr jetzt da, ja vielleicht nicht ganz genau wisst, was ihr antworten sollt. Das ist einfach nur für Shopify praktisch, damit die euch einschätzen können, nämlich welche Aussage beschreibt ich am besten? Ich möchte ein neues Business gründen oder ich möchte für Shopify ein bestehendes Business nutzen oder ich probiere nur herum und ich denke mal in meinem Fall, ich probiere nur herum. In eurem Fall natürlich wollt ihr ein neues Business aufbauen, dann richtest du den Shop für einen Kunden ein. Naja gut, in unserem Fall würde ich jetzt mal sagen, ich richte den Shop jetzt nicht unbedingt für einen Kunden ein. Das heißt, ich würde jetzt hier unten nichts weiter anklicken. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt hier oben, ich möchte ein neues Business gründen oder ich möchte, wie gesagt, eine von diesen anderen Optionen nutzen, dann könnt ihr es jederzeit tun, dann hier auf weiter klicken und anschließend dann könnt ihr hier eure Adresse als auch eure Straße, Hausnummer und zusätzliche Adresse hinterlegen. Das habe ich jetzt gerade eben mal kurz gemacht und jetzt sind wir schon beim nächsten Schritt, nämlich jetzt sind wir hier in unserem Shopify Store drin und wir sehen wieder hier oben unsere URL, nämlich Beispiel minus t-shirt minus store punkt myshopify.com slash admin und diese URL wollen wir jetzt praktisch nicht unbedingt verändern, aber wir wollen halt eine Haupt-URL sei ich jetzt mal nehmen und dazu müssen wir hier auf jetzt Domain hinzufügen klicken, jetzt auf Domain hinzufügen klicken und anschließend dann habt ihr praktisch dieses hier vorliegen, nämlich ein Domain kaufen oder verbinden, dann auf neue Domain kaufen klicken oder ihr könntet auch, wenn ihr möchtet, eine bestehende Domain verwenden, aber natürlich in unserem Falle wollen wir hier eine neue Domain hinzufügen und jetzt können wir hier einen Domain-Namen eingeben. Das heißt, das ist jetzt der echte Name von eurem Store und ich nehme jetzt einfach mal hier t-shirt-beispiel-store.com sagen wir mal, in eurem Falle können das zum Beispiel euer Brandname sein, XY-Shirts oder wie auch immer ihr gerne es nennen möchtet, dann sehen wir es hier, t-shirt-beispiel-store.de für 14 Dollar pro Jahr, klicken wir mal kurz hier auf kaufen, nämlich diese URL wollen wir jetzt ja praktisch kaufen, erstmal halt für ein Jahr und dann wird praktisch diese URL hier verwendet als die Haupt-URL von unserem Store, das heißt, wir tauschen praktisch diese Beispiel minus t-shirt minus store.myshopify.com URL, die ändern wir zu t-shirt-beispiel-store.de sieht meines Erachtens natürlich auch viel, viel, viel besser aus. In eurem Falle würde dann hier zum Beispiel stehen, so etwas wie sagen wir mal xyz-designs.de oder ihr könnt auch gerne eine com-Adresse verwenden oder wie auch immer ihr das gerne handhaben möchtet. Es gibt natürlich noch viele andere Kürzel, die ihr verwenden könnt, zum Beispiel sagen wir mal t-shirt-beispiel-store.io oder zum Beispiel .shop da müsst ihr halt entscheiden, was euch am besten gefällt wenn ihr zum Beispiel halt in Deutschland lebt und ihr habt viele deutsche Kunden, dann denke ich mal ist es auf jeden Fall sinnvoll die Option .de zu verwenden wenn ihr international verkauft dann natürlich zum Beispiel auch die .com-Option So, wir haben das jetzt also hier hinzugefügt jetzt klicken wir einfach hier auf den Kaufen-Button und anschließend dann werden wir zum nächsten Schritt weitergeleitet nämlich hier können wir jetzt unsere Zahlungsmethode hinzufügen weil natürlich müssen wir für das Ganze bezahlen wir geben jetzt hier praktisch unsere Informationen an das mache ich jetzt einfach mal kurz und wenn ich damit praktisch durch bin dann haben wir gleich die URL gekauft beziehungsweise haben sie angemietet und können sie dann für einige Zeit nutzen ihr könnt hier mit Kreditkarte oder auch mit PayPal zahlen also was immer euch hier wie gesagt lieber ist ich habe jetzt hier diese URL praktisch ja gekauft also hier steht ja nun Domain kaufen klicken wir einfach mal kurz drauf übrigens noch eine Sache die hier ganz wichtig sein kann nämlich dieser Punkt diese Domain jedes Jahr automatisch verlängern wenn ihr möchtet könnt ihr halt draufklicken dann wird sie jedes Jahr verlängern oder wenn ihr erstmal das Ganze für ein Jahr ausprobieren möchtet dann nehmt das hier raus natürlich in meinem Falle ich probiere das praktisch hier nur aus in Anführungsstrichen natürlich wird T-Shirt Beispielstore.de keine richtige Brand werden dementsprechend in meinem Falle habe ich jetzt einfach so gelassen und werde jetzt erstmal für ein Jahr nur diese URL hier haben die praktisch T-Shirt Beispielstore.de heißt und das nochmal kostet mich halt 14 Dollar so könnt ihr übrigens auch so ein bisschen euer Risiko minimieren dass sich das nicht jedes Jahr wieder und wieder und wieder wiederholt und jedes Jahr da bezahlt so könnt ihr es direkt ausstellen übrigens natürlich könnt ihr auch jederzeit dann ja die Domain kaufen und könnt es auch jederzeit wieder verlängern also ihr könnt auch zum Beispiel dann bevor das Jahr endet auch die Domain verlängern sodass ihr halt auch nächstes Jahr die Domain noch habt jetzt dauert das Ganze hier ein bisschen und gleich werden wir dann tatsächlich unsere fertige URL hier haben das heißt die HauptURL von unserem Store also T-Shirt Beispielstore.de das kann auch in eurem Falle wie gesagt ein paar Sekunden dauern und sobald ihr mit dem Schritt halt hier durch seid könnt ihr auch schon direkt loslegen so jetzt haben wir hier alle möglichen E-Mail-Adressen und wir sehen jetzt hier oben auch verifiziere deine E-Mail-Adresse nämlich ihr habt jetzt praktisch eine E-Mail bekommen ihr müsst jetzt eure E-Mail-Adresse nochmal verifizieren und sobald ihr es getan habt werdet ihr hier unten bei eurer URL also T-Shirt Beispielstore.de wo jetzt steht die Einrichtung läuft praktisch einen grünen Button sehen und da wird dann sowas stehen wie dass halt die URL akzeptiert wurde also wie gesagt eure E-Mail bitte verifizieren und sobald ihr es getan habt am besten diese Seite hier neu laden nämlich sobald ihr es getan habt wird dann praktisch hier dieser grüne Balken diese grüne Box erscheinen und dann wird diese URL also T-Shirt Beispielstore.de die Haupturl sein ich habe jetzt die URL zum Store hinzugefügt das heißt die Store-URL ist jetzt www.T-Shirt Beispielstore.de und der Status ist verbunden das heißt wenn ihr jetzt auf diese URL geht dann ist das praktisch die Haupturl von diesem Store und nicht mehr diese URL Beispiel-T-Shirt-Store.myShopify das ist dann praktisch nicht mehr die Haupturl wir haben also wie gesagt hier einen Status verbunden und wenn wir jetzt in die linke obere Ecke gehen steht da auch Beispiel T-Shirt Store das ist weiterhin natürlich der Name von diesem Store aber da wie gesagt hier verbunden steht wurde jetzt auch diese Hauptdomain hier mit verbunden wenn ihr jetzt aber auf die eigentliche Domain drauf geht also auf T-Shirt Beispielstore.de dann werdet ihr sehen dass die immer noch Passwort geschützt ist und ihr müsst hier unten auf Plan auswählen klicken also praktisch ein Shopify Plan müsst ihr euch auswählen damit ihr diesen Store nicht mehr passwort geschützt belassen könnt damit ihr also praktisch das Passwort eingeben könnt und den Store auch wirklich sehen könnt das kann man leider nicht mit dem kostenfreien Shopify Plan machen dafür braucht man einen kostenpflichtigen Plan das heißt wenn ihr jetzt am Store arbeiten möchtet wenn ihr das Theme bearbeiten möchtet und so weiter sofort dann müsstet ihr halt hier unten auf Plan auswählen klicken und da werdet ihr gleich die Übersicht sehen über die unterschiedlichen Pläne ich denke direkt am Anfang lohnt sich auf jeden Fall dieser 29 Dollar Plan und wenn ihr praktisch auf Wähle diesen Plan klickt dann könnt ihr halt direkt damit loslegen das heißt ihr könnt euch praktisch dann diesen Plan hier holen könnt ihr das ganze bezahlen wieder mit Kreditkarte oder Paypal und sobald ihr das getan habt könnt ihr dann gleich auch euren Store von außen sehen euer Store sieht also gerade praktisch so aus nämlich Beispiel T-Shirt Store coming soon das ist jetzt hier wirklich die offizielle Adresse nämlich T-Shirt Beispielstore.de und hier müssten wir jetzt also praktisch ein Passwort eingeben um überhaupt diesen Store sehen zu können beziehungsweise könnt ihr halt hier unsere E-Mail Adresse angeben wenn wir ein Kunde sind wie genau kriege ich das jetzt hier weg eigentlich recht einfach nämlich wir müssen hier in unseren Store zuallererst zurück und müssen anschließend hier unten auf Online-Shop draufklicken und sobald wir das getan haben müssen wir dann hier unten zu Konfiguration gehen also praktisch dieser Ort hier einfach einmal draufklicken und sobald du das dann getan hast musst du hier ein wenig runter scrollen und ich muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein nämlich hier unten befindet sich natürlich dann mein Passwort und ihr müsst hier praktisch und ihr seht es hier unten müsst hier auf diesen Button klicken das heißt einfach hier draufklicken und jetzt klickt ihr hier oben auf Speichern und sobald ihr das getan habt ist das Ganze jetzt gespeichert und das Passwort wurde deaktiviert das heißt der Shop ist jetzt wirklich sichtbar wir können hier oben auf Shop anzeigen klicken und jetzt sehen wir bereits so sieht unser Shop aus ich habe hier schon so ein paar kleine Änderungen dran vorgenommen aber jetzt ist der Shop tatsächlich aktiv und wir können es hier nochmal mit dieser Seite hier machen die lade ich jetzt einfach neu und jetzt sieht das Ganze so aus wie wir es gerne haben möchten bei euch wird es ein bisschen anders aussehen da werden noch keine Fotos und keine Texte und so weiter drin sein aber das wie gesagt habe ich gerade schon mal vorbereitet und genau dann sehen wir uns gleich wieder in den kommenden Videos wenn wir uns jetzt anschauen wie man denn eigentlich mit Printify arbeitet wie man den Shop bearbeitet und so weiter und so fort aber jetzt habt ihr schon mal euren eigenen Shop der öffentlich ist und jetzt können wir halt wirklich loslegen mit dem eigentlichen Gestalten und der Produkterstellung also bis gleich in diesem Schritt wollen wir uns nun bei Printify anmelden das heißt wir wollen erstmal auf die Seite printify.com gehen und sobald wir es getan haben wollen wir dann praktisch in die rechte obere Ecke gehen und wollen hier auf Sign Up klicken jetzt werden wir gleich nochmal so ein paar Fragen beantworten müssen nämlich zuallererst mal können wir praktisch unseren Account hier verbinden mit Google oder wir können halt unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort ich werde es jetzt mal mit Google verbinden und dann können wir uns gleich im nächsten Schritt praktisch mit folgenden beschäftigen nämlich in meinem Falle klicken wir mal kurz drauf ich bin ein Content Creator oder Marketer oder was auch immer ich denke mal in unserem Falle ich bin Artist oder Designer oder praktisch Other also müsst ihr wie gesagt entscheiden was ihr genau seid ich klicke jetzt einfach mal auf Artist und Designer dann Are you already selling? in meinem Falle Yes I have an Online Store Yes I can I sell online oder zum Beispiel No I will print for an Event oder I'm just playing around also in eurem Falle natürlich Yes I have an Online Store wäre bei euch die Option in meinem Falle ich klicke mal hier auf I'm just playing around anschließend dann klicke ich auf Next und jetzt habe ich bereits meinen Printify Account erstellt wir haben jetzt hier so eine kleine Checkliste was wir alles machen müssen aber das ist jetzt wie gesagt schon mal der erste Schritt jetzt haben wir einen Printify Account erstellt und jetzt können wir den gleich zusammen mit Shopify verbinden jetzt sind wir gerade wieder in unserem Shopify Store drin und jetzt wollen wir Printify verbinden dazu klicken wir hier auf der linken Seite auf Apps und anschließend dann wollen wir nach der Printify App suchen das heißt wir verbinden jetzt Printify mit praktisch Shopify und wir geben jetzt hier oben einfach mal den Begriff Printify an gut jetzt gibt es uns hier gerade keine Ergebnisse für klicken wir unten wahrscheinlich auf den App Store und jetzt sollte er uns das geben genau Printify und da jetzt einfach draufklicken praktisch also auf den App Store gehen und dann wie gesagt draufklicken in unserem Falle Printify Print on Demand und sobald ihr das getan habt werdet ihr dann weitergeleitet zum nächsten Tab und jetzt müssen wir hier auf Add App klicken und jetzt müssen wir hier die URL praktisch eingeben und das ist diese My Shopify URL das heißt das ist nicht die URL sag ich jetzt mal die wir jetzt die wir uns geholt haben also praktisch die T-Shirt Beispiel Store URL sondern das ist noch die URL von vorn also praktisch diese T-Shirt-Beispiel und so weiter und so fort also diese URL wollen wir jetzt praktisch nehmen und wollen die verbinden mit genau mit dieser App also diese URL hier oben Beispiel t-shirt-store.myshopify.com die wollen wir jetzt hier einmal rauskopieren und sobald wir es getan haben wollen wir diese dann wie gesagt in Printify integrieren so dass wir halt hier praktisch die Verbindung herstellen können also klicken wir nochmal kurz hier auf Add App jetzt haben wir praktisch schon die Verbindung hergestellt und jetzt dauert es hier ein paar Sekunden und jetzt steht hier folgendes nämlich du bist dabei Printify und praktisch Print on Demand hier mit Shopify zu installieren und so sieht das Ganze hier aus jetzt können wir uns hier nochmal so ein paar Dinge durchlesen wenn wir das möchten und anschließend dann können wir hier unten auf App installieren klicken sobald wir damit durch sind ist dann tatsächlich auch die Printify App bereits mit Shopify in Verbindung gesetzt worden beziehungsweise die Printify App ist dann tatsächlich in Shopify drin und jetzt müssen wir uns hier nochmal kurz einloggen das heißt hier müsst ihr dann wieder das Ganze halt mit eurem Google Account verbinden oder halt eure E-Mail-Adresse eintragen und dann sobald wir es getan haben sind wir praktisch in Printify drin aber wir sind gleichzeitig auch in unserem Shopify Store drin und jetzt hat diese Verbindung hier funktioniert und jetzt können wir gleich hier Produkte erstellen und können diese direkt in unseren Shopify Store reinpushen in diesem Video wollen wir uns nun anschauen wie man denn eigentlich innerhalb von Printify ein Produkt erstellen kann und das Ganze ist nicht sonderlich kompliziert das Erste was ihr machen müsst ist ihr müsst natürlich hier in Apps praktisch reingehen ihr seht dann hier eure Printify Print on Demand App da einfach einmal kurz draufklicken und sobald ihr das dann getan habt könnt ihr dann hier direkt innerhalb von Printify die ersten Designs erstellen wie genau funktioniert das ganz praktisch also ihr habt hier alle möglichen sag ich jetzt mal Rohlinge vorliegen zum Beispiel haben wir hier dieses Unisex Ultra Cotton Tea dann Men's Short Sleeve Tea Unisex Jersey Short Sleeve Tea und so weiter und so fort also alle möglichen unterschiedlichen T-Shirts aber das Schöne ist dass ihr nicht nur T-Shirts habt sondern ihr könnt zum Beispiel hier auch in sagen wir mal Women's Clothing reingehen und da habt ihr dann zum Beispiel auch sogenannte Tank Tops oder ihr habt Sportswear oder zum Beispiel ihr habt Swimwear oder zum Beispiel habt ihr Schuhe oder zum Beispiel ihr könnt auch hier in Kids Clothing gehen und da gibt es dann beispielsweise auch für Kindershirts es gibt aber nicht nur das sondern ihr könnt zum Beispiel auch hier in Accessoires reingehen und da gibt es dann solche Dinge wie Gesichtsmasken oder solche Cases sag ich jetzt mal hier oder zum Beispiel Socken und so weiter und so fort hier gibt es sogar Underwear dann gibt es hier Hats Home and Living da könnt ihr beispielsweise auch fürs Badezimmer bestimmte Dinge designen Handtücher zum Beispiel Pillows and Covers und so weiter und so fort das heißt wenn ihr so ein Store launcht dann launcht ihr nicht unbedingt nur ein T-Shirt Store sondern ihr könnt auch alle möglichen anderen Merch Items über die Plattform beziehungsweise euren eigenen Store verkaufen wir sehen es auch hier übrigens bei den Pets dass ihr sogar so ein Pet Bed sag ich jetzt mal verkaufen könnt das heißt sag ich jetzt mal so ein Hundebett zum Beispiel oder ein Bett für Katzen oder sowas ihr könnt wie gesagt auch hier zum Beispiel in Holiday Picks reingehen das sind dann alle möglichen Dinger die vielleicht auch für den Urlaub ganz interessant sind und dann auch Bestsellers das heißt die Dinge die sich besonders gut verkaufen und dann haben wir noch AOP Clothing also zum Beispiel auch solche solche ja ich möchte jetzt nicht College Jacken nennen es gibt ja auch College Jacken aber sag ich jetzt mal diese Jacken und dann auch wenn ihr zum Beispiel auf den euren ökologischen Footprints sag ich jetzt mal sehr achtet dann könnt ihr beispielsweise auch hier Eco-Friendly Produkte nehmen sei es beispielsweise diese Flaschen hier oder halt bestimmte Shirts wenn ich jetzt hier auf All Products gehe und ich finde ein Produkt das mich persönlich sehr interessiert und ich sage okay das würde ich gerne in meinem Store drin haben dann kann ich jederzeit auf dieses Produkt draufklicken zum Beispiel sagen wir mal diese Shirt hier gefällt mir dann klicke ich hier einfach drauf und das ist jetzt also hier das Men's Lightweight Fashion Tee wir sehen hier dass das 100% Baumwolle ist dann Light Fabric Loose Fit Tear Away Label also Leute können auch das Label rausreißen dann Runs Smaller Than Usual das heißt es ist praktisch ein bisschen enger als normalerweise das sind auch so Informationen die man auf jeden Fall auf die Verkaufsseite drauf tun muss weil wenn ihr es halt nicht auf die Verkaufsseite drauf tut und Leute haben dann zum Beispiel die Shirt sich bestellt und es ist einfach viel zu eng dann schicken sie es natürlich zurück und ihr verliert dann dadurch euer Geld beziehungsweise diese Einnahme existiert dann wie gesagt nicht mehr dann darunter haben wir die sogenannten Print Providers das sind also die Firmen die dann für uns tatsächlich diese Shirt drucken werden und die das Shirt dann auch zum Kunden schicken werden das heißt die kümmern sich praktisch um das komplette Fulfillment deswegen spricht man hier auch von POD also Print on Demand wenn eine Bestellung sag ich jetzt mal bei dir reinkommt dann wird diese automatisch an Printify weitergeleitet Printify leitet dann diese Bestellung weiter an die jeweiligen Firmen hier und diese Firmen bedrucken dann das jeweilige Shirt oder das jeweilige Merge Item und schicken es anschließend an deinen Kunden und hier sehen wir immer die jeweilige Firma zum Beispiel Monster Digital und dann darunter sehen wir eine Bewertung also 9,8 das ist eine sehr hohe Bewertung hier haben Bewertungen von praktisch 1 bis 10 und wenn zum Beispiel jetzt eine Firma eine hohe Bewertung hat dann ist das eigentlich ein sehr sehr gutes Zeichen dann darunter The Dream Junction 9,3 My Locker 9,0 ihr seht aber hier dass überall solche amerikanischen Flaggen davor sind und das ist erstmal ja nicht unbedingt ein Problem aber es ist ein bisschen problematisch wenn ihr zum Beispiel nach Deutschland verkauft das heißt wenn ihr zum Beispiel jetzt viele Kunden in Deutschland habt sagen aber zum Beispiel ihr schaltet Werbung in Deutschland ihr möchtet nach Deutschland sag ich jetzt mal Produkte verkaufen dann natürlich kann es sehr lange dauern diese Produkte von den USA nach Deutschland zu schicken dann kann es viele viele Wochen dauern bis die ankommen und dann wie gesagt habt ihr entweder das Problem dass die Kunden unzufrieden sind das Produkt zurückgeben oder sich beschweren und so weiter und so fort deswegen solltet ihr hier nach Firmen gucken wo keine amerikanische Flagge ist sondern wo am besten eine deutsche Flagge ist zum Beispiel in diesem Falle hier sieht man leider dass es keine Firma gibt die tatsächlich aus Europa oder Deutschland kommt und die diese Shirt hier produzieren könnte deswegen machen wir nochmal folgendes gehen wir nochmal kurz zurück gehen wir nochmal kurz in den Catalog hier rein und klicken wir mal auf dieses ganz normale Ultra Cotton Tea sobald wir das getan haben wird jetzt hier wieder folgendes stehen nämlich jetzt haben wir zum Beispiel diesen Merch Provider diesen Merch Provider diesen, diesen, diesen aha und hier unten haben wir dann den ersten deutschen nämlich Textildruck Europa mit der Bewertung von 8,9 was sehr gut ist und wir haben praktisch hier die Pricing Levels das heißt was wir hier zuallererst einsehen können ist wie teuer ist es denn eigentlich so ein Shirt drucken zu lassen nämlich wir haben hier praktisch einen Preis von 11,97 und Shipping kostet 3,50 das heißt wir müssen gucken dass wir das Shirt so bepreisen dass wir hier überhaupt noch einen ordentlichen Profit machen können wir sehen es bei den anderen zum Beispiel Swift POD in Amerika die machen das für gerade mal 7,52 die hier machen es für 8,36 für 7,76 und für 8,12 und natürlich jetzt hier unten 11,97 ist relativ viel schauen wir mal ob wir vielleicht noch eine weitere deutsche Firma finden nein das ist derzeit hier die einzig deutsche Firma die das tatsächlich anbietet also in diesem Falle macht euch da keine Sorgen nehmt wie gesagt die deutsche weil es einfach schneller geht ihr könnt sicherlich auch all die anderen verwenden davon möchte ich gar nicht so sehr abraten bloß ihr müsst dann halt auch gewillt sein mehr Zeit in Anspruch zu nehmen oder in Kauf zu nehmen und eure Kunden werden wahrscheinlich dann auch länger warten müssen um die Shirts zu erhalten wir haben also hier den Preis von dem aus soll ich jetzt mal das Ganze startet das heißt 11,97 will die Firma für den Druck von dem Shirt haben und das Shipping kostet halt 3,50 oder ist natürlich von 3,50 kann auch teurer sein und dann die Größen sind S-5XL darauf würde ich immer achten nämlich dass auf jeden Fall auch 5XL angeboten wird zum Beispiel wenn ihr einfach Leute habt die ein bisschen kräftiger sind dann ist das sehr gut wenn man hier praktisch diese großen Optionen hat zum Beispiel einige bieten nur an S-3XL manche bieten auch zum Beispiel nur S-XL an schauen wir mal hier bieten eigentlich alle recht hohe Größe oder recht große Größen an aber es gibt auch einige die zum Beispiel nur S-XL anbieten und hier haben wir halt den großen Vorteil dass wir doch ziemlich ziemlich viele unterschiedliche Größen haben und dass das Ganze auch von relativ klein zu ziemlich ziemlich groß geht dann die Average Production Time das heißt wie lange dauert es bis dieses Produkt tatsächlich das Haus jetzt mal verlässt also die Firma Textildruck Europa verlässt und tatsächlich zum Kunden geschickt wird und das dauert im Durchschnitt 2,77 Business Tage dann und das ist noch auch sehr sehr wichtig wir müssen schauen wo genau können wir denn eigentlich überhaupt das Shirt bedrucken nämlich viele sagen zum Beispiel nur okay ihr könnt bedrucken Vorder- und Rückseite oder hier Vorder- und Rückseite unsere Firma also praktisch diese hier also praktisch die Firma die wir jetzt verwenden natürlich nicht unsere Firma Textildruck Europa die erlauben ist dass wir hinten bedrucken vorne bedrucken den Nacken dass wir auch Left Sleeve also linker Ärmel rechter Ärmel und auch hier Neck Outer also außen praktisch am Neck dran das sind alles die sag ich jetzt mal Printing Areas die diese Firma anbietet was sehr 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 gut ist dann dahinter haben wir die sogenannten Base Colors das sind also die Farben die die T-Shirts haben können zum Beispiel Weiß, Schwarz dann so Sandfarben Sportgrau dann Charcoal also praktisch so ja so ein dunkler Braun-Schwarzton dann Dark Heather Blue Dusk Navy Light Pink und auch nochmal die Farbe Red wir sehen zum Beispiel oben bei der Firma die bietet natürlich noch sehr sehr viele andere Farben an was schön ist hier bieten wir oder hier haben wir leider nur 10 Farben dafür haben wir halt hier einen großen Vorteil und natürlich die Firma sitzt in Deutschland dementsprechend ist das Fulfillment höchstwahrscheinlich um einiges schneller so vielleicht noch eine Information nämlich hier oben beim Fragezeichen Print Provider Ranking nämlich hier steht folgendes The Print Provider Ranking is based on Part Reprint Ratio Delayed Production Time Ratio and User Reviews das heißt wenn zum Beispiel jetzt eine Firma nicht schnell genug produziert oder die Kunden schlechte Bewertungen und so weiter dalassen dann geht dieser Wert hier nach unten aber 8,9 ist halt wirklich wirklich gut ich würde auf jeden Fall mit Firmen zusammenarbeiten die mindestens ein Rating von 8 haben alles drunter würde ich jetzt nicht unbedingt zu sehr zusammenarbeiten aber wie gesagt das ist nur meine persönliche Empfehlung an euch wir können ja hier mal auf Shipping and More Details klicken und können uns ein bisschen mehr über diese jeweilige Firma hier informieren und können auch ein bisschen mehr darüber erfahren was denn eigentlich dann mit unserem Shirt passieren wird und wie teuer auch zum Beispiel das Schiffen von diesem Shirt sein wird hier steht Printed by Textildruck Europa Fulfilled in Germany also praktisch wird dieser Auftrag in Deutschland geliefert oder wird es praktisch in Deutschland gemacht und die Average Production ist 1,96 Tage dann da drunter haben wir die Farben wieder und hier haben wir jetzt die Shipping Rates nämlich wie teuer ist denn das eigentlich dieses Produkt in aller Welt zu verschiffen zum Beispiel wenn du jetzt einen Kunden aus Deutschland hast dann kostet es 3,50 Dollar wenn eine Person jetzt mehrere Shirts von deinem Store jetzt mal zusammen bucht oder kauft wie gesagt dann kostet es gerade mal 1,30 Dollar mehr pro weiteren Shirt oder pro weiteren Produkt das halt in deinem Store gekauft wird das geht aber nicht wenn zum Beispiel sagen wir mal die Person jetzt ein Shirt kauft und dann in 5 Minuten nochmal ein Shirt kauft es muss im selben Einkaufswagen sein das heißt nehmen wir an eine Person kauft sich jetzt zwei Shirts dann würde das Ganze nur 4,80 Euro oder 4,80 Dollar beim Verschiffen kosten wenn beide Produkte zur selben Zeit also exakt derselben Zeit im Einkaufswagen liegen und gekauft werden wenn aber zum Beispiel die Person jetzt das Produkt kauft dann kostet es halt 3,50 Dollar und dann vielleicht nochmal in 10 Minuten kauft sie ein weiteres Produkt dann kostet es halt nochmal in 10 Minuten 3,50 Dollar dann International liegt bei 6,50 Dollar und dann jedes weitere Produkt liegt bei 2,50 Dollar das heißt insgesamt wären das dann 9 Dollar wenn die Person zum Beispiel zwei weitere oder zwei Produkte kaufen würde das eine würde halt als First Item gelten und das andere würde als Additional Item gelten dann drunter europäische Länder hier ist es auch recht teuer 6,50 Dollar für das First Item und dann Additional Item kostet praktisch 1,90 Dollar und dann sehen wir hier nochmal die Technologie falls sich Leute zum Beispiel dafür interessieren es kann gut sein dass Kunden wirklich mal bei euch einfach eine Frage stellen oder sagen was ist denn das für eine Technologie oder wie wurde denn das gemacht oder sowas wurden hier irgendwelche Gifte oder was auch immer verwendet und da haben wir hier eine ganz interessante Erklärung nämlich hier schreibt die Firma Also non-toxic das ist so eine Sache auf die natürlich viele Leute sehr viel Wert legen und natürlich auch environmentally friendly das könnt ihr auch sicherlich als ein Verkaufsargument verwenden so dann gehen wir hier runter Quality Control there are several quality controls during the production process by our well trained staff also die kontrollieren auch die Qualität und dann Packaging every product is packaged individually in a plastic bag to ensure that it will not be damaged during transport also in einer Plastiktasche wird das Ganze dann verkauft und anschließend wie gesagt zum Kunden geschickt das sind schon mal die ganzen Informationen gehen wir nochmal kurz zurück zum Produkt und was wir jetzt machen können ist wir können anfangen zu designen dazu müssen wir einfach hier auf Start Designing klicken und sobald wir es getan haben öffnet sich dies jetzt hier und wir können jetzt direkt anfangen dieses Design hier zu erstellen dazu habe ich gleich nochmal ein Video für euch vorbereitet ich werde jetzt einfach mal dieses Video hier beenden das wird wahrscheinlich etwas lang und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder und werden zusammen dieses erste Design hier erstellen also bis gleich und dann sehen wir uns bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Vielen Dank.